Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Eichern Coaching und in diesem Video gehen wir darauf ein, was Optionshändler im Falle eines Crashs tun sollten. Ja, wie kam ich auf die Idee, überhaupt das Video zu drehen? Ich sehe es leider sehr oft, dass extrem profitabel gehandelt wird im Falle eines Bullenmarktes und dann aber extrem hohe Verluste in der Corona-Krise und Co. erwirtschaftet werden. Das hat vor allem damit zu tun, dass man als Stillheit oder als Optionshändler meistens halt auch Volatilität short ist, also mehr Optionen irgendwie verkauft hat als Long hat, was ja auch grundsätzlich erstmal sinnvoll ist. Dennoch sollte man sich halt mal den Gedanken machen, was passiert, wenn vielleicht auch mal die Märkte 20, 40 oder vielleicht auch 80% korrigieren. Habe ich dafür einen Plan? Bin ich darauf vorbereitet? Denn da möchte ich heute ein ganz einfaches und sinnvolles Beispiel machen, was aber zeigen soll, was denn auch passieren könnte, beziehungsweise wie sinnvoll auch ein paar Long-Optionen im Konto sind. Ich sage jetzt gleich kurz einen Kontoauszug. Das hat uns ein Kunde zur Verfügung gestellt, der mit relativ offen gegangen ist, in der Corona-Krise größere Verluste gemacht hat. Das soll einfach nur mal verdeutlichen, was man denn alles falsch machen kann. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint oder sowas. Der Kunde hat es natürlich auch erlaubt, dass ich das zeige. Natürlich alles anonym jetzt, aber der damit relativ offen umgegangen ist und ich möchte sagen, was der falsch gemacht hat, weil da kann man sehr viel draus lernen. Man sieht das mal, dass diese Kurve wunderbar nach oben geht eigentlich bis zur Corona-Krise und dann die Gewinne von drei, vier Jahren eigentlich sofort pulversiert wurden und sogar noch Verluste erwirtschaftet wurden. Es gibt aber auch mehrere Kontoauszüge, die so ähnlich aussehen und was wurde denn falsch gemacht? Ja, das grundlegende Problem war, mehr Cash-Secret-Puts als überhaupt Cash auf dem Konto war, plus noch zusätzliche Puts auf SPX und S&P 500, Futures und Index-Optionen und ETFs, was auch immer. Also ganz viele Puts auf dem Aktienmarkt verkauft, einfach viel, viel zu viele und keine Long-Puts hatte, beziehungsweise viel zu wenige und einfach auch nicht gerollt wurde, nicht geschlossen wurde. Und wenn der Wix halt, wenn ich halt Optionen verkaufe, bei einem Wix von 20, 15 und der geht noch bis 80 hoch, dann ist man ganz schnell ein paar tausend Prozent in den Optionen hinten. Und dass das nicht passiert, sollte man sich einen Plan machen. Und die meisten Optionshändler, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, ich bin ja auch so einer, die haben Aktien langfristig buy and hold. Ist ja auch sinnvoll, langfristig eher den Aktienmarkt long zu handeln als short. Haben Cash-Secret-Puts verkauft und deshalb meistens auch am Allzeithoch ohne Ende und wenn dann die Volatilität anspringt, dann leider nicht mehr, weil sie dann schon sehr viele Puts offen haben und dann nicht mehr Cash zur Verfügung haben und hoffentlich dann nicht mal auf die Idee kommen, noch mehr Puts zu verkaufen, als sie überhaupt auf dem Konto ist. Vielleicht machen sie auch noch Rohstoffoptionen, dann ein paar Stillhalterstrategien, aber sie haben halt einfach kein Hedge offen oder auch kein Ausstiegsszenario. Und deswegen unbedingt ein Ausstiegsszenario, ich zeige gleich, was man alles machen kann, ja zurechtlegen. Und vielleicht auch den einen oder anderen Hedge, auch wenn er Geld kostet, sich mal überlegen. Ich zeige euch mal ein ganz simples Beispiel, wie so ein Hedge schon mal wirken kann. Es ist jetzt alles auch ein bisschen vereinfacht mit einem gleichen Verfallstermin und ja, einfach nur jetzt der Herangehensweise, wie sinnvoll eine Long-Option sein kann. Beispielsweise, wir haben jetzt einfach ein 100.000-Euro-Depot, das wir einfach rechnen können. Wir haben jetzt zwei Short-Puts verkauft auf den Spider-ETF für 400er Strike mit 60 Tagen Restlaufzeit. Dann reden wir über eine mögliche Andienung 400 mal 100 Anteile, ETF-Anteile mal 2, also 40.000 pro Option und dann hätten wir um die 80.000 Dollar. Das soll das einfach nur so ein normales Konto widerspiegeln. Das ist auch sogar ohne Hebel, ohne gar nichts. Einfach 80.000 mögliche Andienung eines S&P 500 ETFs. Bisschen Prämie kriege ich immer noch. Jetzt kann ich auch in der TWS alles anschauen, was passiert denn, wenn der Markt crasht. Relativ logisch, jetzt auch angenommen, dass einfach das relativ gleich läuft wie der S&P 500. Ja, Markt korrigiert um 10%, meine Position auch. Und ich würde jetzt fast nicht pleite gehen, vielleicht würde ich sogar einen Margin Call bekommen, irgendwann mal bei minus 80%. Aber ja, das Konto gibt halt einfach fast 1 zu 1 nach wie der Markt. Ich habe zwar keinen Hebel drin, hätte ich jetzt einen Hebel drin, hätte ich jetzt noch ein größeres Problem. Aber das Konto korrigiert natürlich sehr stark, wenn jetzt mal minus 70% machen sollte. Hier ist auch nur ein Volatilitätsanstieg von 15% angegeben. Da würde in dem Fall von einem minus 70% Einschlag natürlich viel, viel höher sein. Und was auch viele nicht auf der Agenda haben, die Margin wird vermutlich auch sehr stark ansteigen. Und das ist auch ein häufiges Problem. Die Margin explodiert, kann teilweise 2, 3, 400% angehoben werden. Plus, meistens geht dann der Kontostand runter und das führt dann relativ schnell zu einem Margin Call. So und jetzt legen wir einfach ein paar Absicherungen zur Verfügung. Ich gehe nochmal eine Folie zurück. Wir haben jetzt hier 2 mal 900 Dollar bekommen. Also, ja, 1800 Dollar Credit Prämien Einnahme. Okay, so und jetzt kaufe ich mir einfach ein paar ganz günstige Absicherungen. In der gleichen Laufzeit, die Short-Option noch bei Delta 30, die machen wir jetzt bei Delta 2 und die kosten 1,20. Jetzt rechnen wir mal aus, was für einen Credit wir immer noch mit dem gesamten Spread erhalten. Wir kriegen von den Short-Optionen 2 mal 9 Dollar. Und jetzt kaufen wir aber 3 Long-Puts für 1,20. Also kriegen wir immer noch 14,40 Credit des Spreads. Was passiert jetzt im Falle eines Crashes? Ja, schauen wir mal an. Und hier erkennt man, dass man irgendwann mal bei minus 30, 40 Prozent relativ Schluss ist. Müssen wir nochmal vergleichen. Vorher hatten wir minus 70, 60.000 und so weiter. Und hier ist halt relativ Schluss bei minus irgendwie 35 Prozent. Und irgendwann würde ich sogar rein rechnerisch gewinnen. Das liegt daran, dass ich 3 Long-Optionen habe, ja ein Netto-Long-Put mehr. Und wenn der dann auch noch ins Geld läuft, ja dann würde ich sogar noch einen Gewinn erwirtschaften, wenn jetzt ein Black Swan kommt und die Märkte um 80 Prozent ein-crashen oder crashen. Das möchte ich aber gar nicht davon im Fall ausgehen. Sondern das allein wissen wir, okay, bei minus 30 Prozent, 35 Prozent ist erstmal Schluss. Hat dann noch ein paar andere Vorteile, dass auf dem Weg dahin es auch ein bisschen angenehmer ist, weil die Long-Puts ja auch einen Wert gewinnen. Ich kann jetzt natürlich noch alles einstellen, mit den Long-Puts noch näher gehen, dass ich auch bei minus 10, 20 Prozent schon safe bin. Das hat alles Vor- und Nachteile. Es soll einfach nur mal ein bisschen, ja das darstellen, wie schön schon mal solche Long-Puts sein können. Das kosten die natürlich auch was, dazu dann später mehr. Also grundsätzlich, was ganz wichtig für Optionscenter ist, vielleicht nicht nur Vega Short zu sein, sondern sich schaut, dass man mit den Griechen, gibt es alles in der TWS, was ich das alles nachschauen kann, aber nur mal Pi mal Daumen einfach zu schauen, wenn jetzt ja die Märkte 20 Prozent korrigieren, ist es vielleicht nicht so toll, weil ich nur überall Cash-Code Puts verkauft habe. Deswegen vielleicht nicht nur immer Volatilität Short sein, sondern einfach auch ein paar Long-Optionen sich irgendwie zurechtlegen als Hedges. Bis gerade wird immer Hedging immer notwendiger, wenn das Konto vielleicht auch Richtung Rentenvorsorge geht, dass es halt hohe sechsstellige Beträge angenommen hat, wo man einfach keine Lust mehr hat. Diesen Betrag, selbst wenn es 20, 30 Prozent im Konto sind, reden wir ja schnell von der Eigentumswohnung, da man da einfach keine Lust drauf hat und da wird dann Hedging immer notwendiger, beziehungsweise mental wird es auch dann auch schwer auszuhalten. Da wird dann Hedging halt immer wichtiger und man geht dann vielleicht eher von der Performance etwas weiter runter, weil die Long-Optionen kosten ja Geld, aber ist ja auch nicht schlimm, wenn man da deswegen ruhiger schlafen kann. Und ja, wenn man irgendwie noch 10 Prozent pro Jahr wirtschaftet von einer hohen sechsstelligen Summe, ist es ja auch noch okay, dann sind es vielleicht keine 14 Prozent, weil 4 Prozent Long-Puts Kosten habe. Das ist jetzt einfach eine ausgedachte Zahl, aber die muss man sich dann immer überlegen, ob es einem nicht wert ist. Ganz wichtig, die Korrelation Cash-Geld-Puts, Aktien langfristig Long, vielleicht noch Short-Puts auf Rohstoffe haben, dann ist es halt auch alles irgendwie Aktienmarkt Long, auch die Rohstoffe brechen ein, wenn die Märkte crashen. Jetzt kann man sich halt auch einfach überlegen, ob das so sinnvoll ist, oder ob ich da einfach mal rechtzeitig auch rausgehen würde. Ich könnte natürlich auch sagen, okay, was profitiert in der Krise, vielleicht Startsanleihen Long, dass man da irgendwelche anderen Produkte noch reinlegt, die echt Sicherheit geben. Ja, da kann man halt auch nochmal so ganz viel machen in dem Richtung Portfolio Management. Ganz wichtig, Ausstiege planen, weil wir haben auch viele Einkommensstrategien, die schon sehr bullisch auf dem Aktienmarkt sind. Da fliegen wir aber bei 100 Prozent raus automatisch. Jetzt bitte nicht blind Stopp-Orders in den Markt legen, aber es gibt verschiedene Order-Arten, wo man das auf jeden Fall machen kann bei liquiden Produkten, wo wir dann automatisch rausfliegen. Das heißt, wenn es die Märkte anfangen zu korrigieren, die ersten 2, 3, 4, 5 Prozent, dann fliegen wir schon auf ganz vielen bullischen Positionen raus und würden dann von den minus 5 Prozent Richtung minus 50 Prozent die nicht mehr weiter verlieren. Und das ist ja auch das Problem bei den Short-Optionen. Je näher die ans Geld kommen, desto schneller steigen die dann prozentualen Wert an und desto mehr Verluste gibt es. Das heißt, von 0 bis minus 100 Prozent dauert es länger als von minus 100 Prozent auf minus 200 Prozent. Wenn man das mal noch weiterführt bei 2000 Prozent minus, ist man auch ganz schnell bei 3000 Prozent minus, wenn es weiter einkrachen sollte. Also unbedingt vielleicht auch Ausstiege planen oder zu sagen, okay, mit dem Cash ist kaputt, gehe ich in diesem Fall und in diesem Fall einfach vielleicht auch mal raus. Das könnte man ja auch machen oder dann einfach sagen, okay, nee, ich möchte eine bestimmende Cashquote halten. Also da wirklich, das ist mir ganz wichtig, dass man da ein bisschen schaut und vielleicht auch ein bisschen Fuß vom Gaspedal ein bisschen wegnimmt und da ein bisschen auf die Bremse drückt. Das bringt im Fall auf jeden Fall dann im Falle ein Crashes einiges. Hedges aufbauen, da kann man ganz viele Videos noch drüber machen, aber da auch mal Gedanken zu machen, ob es jetzt nicht sinnvoll ist, vielleicht auch mal ein paar Hedges aufzubauen. Jetzt kosten Hedges natürlich immer Geld und wir haben nur sehr wenige Hedges, die man langfristig immer wieder kaufen, weil sie ja extrem teuer sind und deswegen versuchen wir die zu timen. Wir haben ja im Vermögensmagazin, packe ich euch gerne nochmal rein, zum Beispiel so eine Börsenarmel konstruiert, die anzeigt, wann ein Crash wahrscheinlich wird. Klar gibt es auch da Fehlsignale, aber da sind wir eigentlich das ganze Jahr abgesichert. Wir haben ja auch schon ein paar andere Videos gemacht, für die ich euch nochmal gerne, wo man erkennt, wann ein Börsencrash wahrscheinlich wird. Das heißt, es ist nicht immer, dass wir jeden Crash erkennen, beziehungsweise, ja, Crashs erkennen wir eigentlich schon, aber es gibt halt auch oft doch Fehlsignale, wo wir denken, es kommt einer und dann kommt halt doch nichts. Also es kann halt sein, dass man dann nur eine Trefferquote von 30-40% hat, aber den Weg nach unten nehmen wir dann halt auf jeden Fall nicht mit, wenn ein Crash kommt. Lieber mal 3-4 Mal im Jahr umsonst, an Anführungszeichen, rausgehen. Das heißt ja nicht, dass wir unsere ganze langfristige Aktien verkaufen, sondern dass wir halt, ja, die großen bullischen Trading-Strategien zurückfahren und dann Hedges aufbauen. Okay, dann kam kein Crash. Nach 3-4 Tagen hat sich die Marktlage wieder erholt. Dann ist es auch nicht schlimm, dann steigen wir einfach eine Woche später wieder mit unseren Trading-Strategien ein, Hedges vielleicht mit einem kleinen Verlust dann auch verkaufen. Es geht darum, dass man aber die minus 50% unbedingt dann nicht im Konto spürt. Da haben wir, wie gesagt, die Börsenampel. Wir haben aber auch ein paar Videos gemacht, wo man das auch, ja, erkennen kann. Das ist halt eine schöne automatische Lösung. Schreibt mir gerne, wie ihr es macht im Fall eines Crashes in die Kommentare. Habt ihr Indikatoren? Wie steigt ihr aus? Kauft ihr Hedges? Habt ihr Hedges die ganze Zeit? Kauft ihr die Hedges, wenn S&P 500 unter 200er ist? Wie auch immer. Also da gerne eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns in einem nächsten Video. Bis dann. Ciao.